Es ist ein Skelett eines gepanzerten und eines fauchenden, eines stinkenden und rasenden Dinosauriers. Es ist ein Protest gegen die Vormacht der Autos. Ich will ja die Superlangsamkeit vorführen. Es ist schön, ja. Für mich ist das jetzt hier ein schönes Gefühl, ja. Das musst du ja jeden Tag mal machen. Warum? Da halten die Leute vielleicht für verrückt. Da wird er eingesperrt. Gut, das finde ich jetzt nicht so perfekt. Gerade in der Innenstadt so was muss ja nicht sein. Ich muss nicht unbedingt bemitleidet werden von anderen, die am Straßenrand stehen. Und bitte! Gut, du bist! Hände nochmal so Ja? Ja. Und bitteschön. Ach, Entschuldigung. Wunderbar. Und los geht's. Ja, es hat mehrere Ziele. Einmal deutlich zu machen, und zwar visuell deutlich zu machen, welchen Platz der motorisierte Individualverkehr in Form der Autos im öffentlichen Raum einnimmt. Also rein die Grundfläche, das Volumen. Das Zweite, es ist ein, sagen wir, stilisiertes Skelett eines gepanzerten und eines fauchenden, eines stinkenden und rasenden Dinosauriers, meines Erachtens. Also das Auto als solches ist meines Erachtens schon eine überholte Technik, weil sie in dem Maße, in dem sie uns bestimmt, durchaus gefährlich wird. Also alles das, was ich brauche, um dieses Gefährt zu bewegen, ist ohne Technik möglich. Das heißt, das, was ich hier auf der Schulter habe, ist zwar ein technisches Gerät aus der Landwirtschaft, ein Schulterjoch, aber auf keinen Fall ist hier irgendwas an motorähnlichen und sonstigen Armaturen möglich. Es ist ein Protest gegen die Vormacht der Autos, gegen das in die Autos sozusagen eingebaute Recht der Stärkeren. Und ich möchte mich mit dieser Aktion sehr für die Schwächeren im Verkehr, also für alle die, die leichter verletzbar sind, die mit eigener Kraft fahren oder gehen, alle diejenigen, die auf ihren Wegen durch das Auto stark beeinträchtigt und auch gefährdet sind. Und sie werden natürlich durch mein Tempo vielleicht hier und da auch mal ein bisschen aufgehalten, aber ich werde so diesen Weg nehmen, dass ich auf einer Fahrspur bleibe und das Überholen möglich bleibt. Ich bin als Fahrradfahrer in dieser Stadt schon dreimal, wie man das nennt, umgenietet worden von Autofahrern, die ganz offensichtlich in dem Zusammenhang nicht unbedingt die Rücksicht genommen haben, die ich hätte erwarten müssen. Über 50 Prozent der Autofahrten werden ja unter vier Kilometer absolviert und da ist die Brötchenfahrt mit dabei. Und die Autowelt hat vor, ich glaube, sechs Jahren oder fünf Jahren einmal herausgefunden, dass eine Brötchenfahrt allein einen Verbrauch von 20 Liter pro 100 Kilometer verursacht. september 2020 contrastant ja, ich weiß, ich soll noch mal ja ja So gut. Wir sehen uns im nächsten Mal. Ich will ja die Superlangsamkeit vorführen. Die Forderung ist für den motorisierten Verkehr die Obergrenze 30 in den Städten, 80 auf den Landstraßen und 100 auf den Autobahnen. Es ist schön, ja. Für mich ist das jetzt hier ein schönes Gefühl, ja. Also auf Lichtanlagen habe ich verzichtet. Es ist sogar noch grün, ihr Lieben. Ich kann noch auf die Kreuzung. Ich kann noch auf die Kreuzung. Ich kann noch auf die Kreuzung. Also wir hatten vorhin einen Fall, als wir versucht haben, ihm hier einen Flyer zu geben, hat er gleich alles dicht gemacht und sich seinem Handy gewidmet, dass man ihn bloß nicht anspricht. Ansonsten, die Autofahrer, die jetzt hier langsam fahren müssen oder sogar halten müssen, sind sehr geduldig. Wir haben noch keine einzige Hupe gehört. Wir haben noch keine 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 Hupe gehört. Aber am Ende ja. Gut, das finde ich nicht so perfekt. Das ist gerade in der Innenstadt so was. So was muss ja nicht sein. Kann man zwar irgendwie anders da machen, aber nett. Davon bin ich nicht genervt. Das finde ich sehr gut, als einmalige Demonstration. Ich finde das gut. Sie sind auch Autofahrer? Auch, sehr gut. Das muss der jeden Tag mal machen. Warum? Da halten die Leute vielleicht für verrückt. Da wird er eingesperrt. Vielleicht wird er da nochmal eingesperrt. Also ich leide jetzt mal physisch darunter, was den Nichtmotorisierten durchaus immer passiert. Dass sie Wind und Wetter ausgesetzt sind. Das bin ich als Fahrraderfahrer, das bin ich als Fußgänger. Und obendrein eben mit eigener Körperkraft. Und ich muss nicht unbedingt bemitleidet werden von anderen, die am Straßenrand stehen. Ich bin ja auch auf der Seite der Busfahrer oder der ÖPNV-Nutzer, die auf die Busse warten, die hinter mir etwas langsamer geworden sind. Ich werde es morgen früh auseinanderbauen, dann werde ich wegwerfen. Ich habe genug provoziert. Ich gebe es nicht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.